hallo meine leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute haben wir ein oder ich habe von nikolaus ein zauberkasten gekriegt heißt magic apps und wir drehen immer um weil wenn wir den umdrehen machen wir hier auf so wir haben hier zwei schaumstoff bälle die legen wir dann haben wir noch eine box und ein portemonnaie das und ich würde also ich habe hier noch ein paar sachen hingelegt die machen wir heute aber nicht ich würde sagen wir fangen in den schaumstoff bilder ich lege euch kurz den zauberkasten rüber und ich habe hier zwei schaumstoff bälle die einen legen wir weg ich nehme den hier in die hand und nehmen den anderen hier sind hier zwei der trick dahinter ist ihr tut so als ob ihr den hier in der hand nimmt habt ihr aber immer noch hier nimmt den anderen hat dann ein zweichel und dann müssen wir dann sind sie ja so portemonnaie mit einer 7er karte so diese 7er karte kann ich weg zaubern achten oder beziehungsweise nicht weg zaubern sondern der aufdruck weg zaubern ist weg trick dahinter ist wenn ihr es mal seht so wenn da sind in der folie quasi hier in der folie sind die dinger drin und wenn ihr dann hier dann kann man hier wenn man es erkennt bisschen schwierig hier ja jeden fall das wäre jetzt aufgeklärt jetzt kommen wir weiter mit der box box ist ein bisschen schwierig wir versuchen natürlich alles zu schaffen hier ich habe eine leere box wenn ich die zu macht wieder aufmachen ist hier was drinne eine karte ja wieder unwichtig ich zeige nur ja zwar nicht gut ich bin kurz rein oder ihr habt hier die box und hier hinten ist ein schiebeplättchen das könnte so schieben wenn ihr das rüber schiebt dann könnt ihr was reinlegen wenn ihr das plättchen rüber schiebt was rein legen und jetzt daran und dann könnte es zu machen dann schiebt er noch mal rüber und dann ist es plötzlich weg dann könnt ihr aber wieder zu machen und das plättchen wieder rüber schieben und dann ist es wieder da der trick dahinter besteht warte kurz ich weiß jetzt nicht ob man das sieht aber ich weiß nicht ob man das sieht aber hier sind so zwei also das ist so ein ding wo man schieben kann ich weiß nicht ob man das sieht aber auf jeden fall ja hier kann man was reinlegen da und da kann man das reinlegen also es sind zwei verschiedene dinge auf jeden fall ich hoffe euch ich hoffe dass das video euch gefallen hat lasst ein kompo da und ein like ja und dann würde ich sagen wir sehen uns nachher dann